Der Schauspieler Marek Erhard hat uns beide schon synchronisiert. Die Kollegin Bettina Tietjen hat uns in Fernsehmanier angesagt. Jetzt fehlt uns nur noch ein poentierter Kommentar. Und hier ist The Voice Peter Urban. Mit Nummer 15 geht an den Start Talk Dot. Zwei Naturblondinen mit einigem Unterhaltungswert. Warum sich aber die glamourösere der beiden so einen Vogel hat an die Seite stellen lassen, ist mir ein Rätsel. Aber vielleicht erschließt sich der Zauber, wenn ich auch mal durch die offene Tür trete. Wir sprechen uns noch.